Das war schon lange von mir ein Wunsch, um da mal mitzumachen, weil es ist, da kann man etwas erreichen, wenn man Erster wird. Das ist für sich selber wie ein Gefühl, das unbeschreiblich ist. Ich bin eigentlich nicht mehr so nervös wie am Morgen und am Vorabend. Es ist nicht das alltägliche Arbeiten draussen, sondern man ist auch ein bisschen leistungsorientiert und man hat auch einen Wettkampf-Hintergrund und der hat mich dazu bewogen, da mitzumachen. Stil zuerst wert ist es eigentlich nicht. Es ist, wie gesagt, mehr Erfahrung und etwas Neues kennenzulernen. Wenn wir auch nicht vergessen dürfen, müssen wir genau arbeiten und studieren dabei. Das ist nahezu die Hauptthematik in diesem Punkt.